Wir sind heute im Sandbar & Grill in Miami, eine der absolut bekanntesten Adressen, wenn es um, ich sag mal, Eating Challenges geht. Wir haben jetzt einfach mal im Internet so ein paar verrückte Sachen rausgesucht. Wir haben es dazu, wir hatten eine Weile gebraucht, ehrlich gesagt, dass wir was gefunden haben, was uns wirklich gefallen hat. Da gab es eine für die Inch Pizza, die ist vielleicht so groß wie, man sieht es jetzt nicht, also man sieht es in dem Video schon, wie ein Tisch eigentlich. Noch größer als ein Tisch. Wir haben jetzt noch Chicken Wings im Angebot gehabt, folgende Chicken Wings, nur acht Stück eigentlich, aber die sollen so scharf sein. Und da wir das das erste Mal machen und auch relativ zart geseitigt, was das angeht. Wir müssen auch dazu sagen, dass wir... Er hat immer mal Scheißerei. ... noch kriegen müssen. Ähhh... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was genau drin ist, steht halt nicht drauf. Wir haben vermutlich irgendwas Ekelhaftes. Wir haben uns jetzt auch erstmal ein klein bisschen Wasser bestellt und gucken mal, ob wir damit über die Runden kommen. Das ist nur unser Dip. Dieser Dip ist schon so groß wie... Ja... Es sieht fast aus wie drei mega riesig... Ja, man sieht es, wie eine Faust. Jeder einzelne Berg ist so groß wie eine Faust. Es sieht aus wie drei riesige Berge von Eisbären oder irgendwie. Keine Ahnung, wie man das schaffen will. Ist das überhaupt möglich? Ja, das ist möglich. Wird du das? Hell, nein. Ich kann nicht so viel, man. 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 Das ist nicht 5 Euro, sondern 50 Euro. Das ist 5 Euro. Das ist viel, man. Das ist viel, man. Das ist ein bisschen. Ich kann nicht so viel, man kann nicht so viel, man kann nicht so viel. Es ist nur ein Burrito. Man muss nicht die Größe ausführen, man. Das ist das, was man hat. Es ist nur ein Burrito. Das ist nur, wenn du noch fährst. Ja. Ich glaube, es ist nicht so viel. Ich glaube, es ist nicht so viel. Es ist nur ein Müll. Es ist nur ein Müll. Es ist nur ein Müll. Man muss eine Runde sagen oder so. So Leute, wir sind soweit. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, das war ein Fehler. Aber wir werden sehen. Seht ihr, wie groß sie ist? Wie groß ist sie? Das Ding ist riesig. Das ist unfassbar. Aber er hat gesagt, es ist möglich. Also, mal sehen. Here we go. Here we go, baby. Lass es schmecken. Dann bezieht man. Wie heiß da drin ist? Ich weiß gar nicht, wie sie ankommen sollen. Das ist sehr lecker. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also meine Strategie. Schnell essen wie möglich. Kannst du dann eigentlich den Rest noch vom Tisch essen? Das ist mein Hauptsinn. Das ist mein Hauptsinn. Das ist mein Hauptsinn. Das ist mein Hauptsinn. Mein Trick ist es, Alex, irgendwann zu mir alles zu zermürden. Und dem ich auch die ganze Zeit zu quatsch. Das ist mein Hauptsinn. Das ist mein Hauptsinn. Das ist mein Hauptsinn. Vielleicht habe ich das trocken. Manchmal stolz, manchmal stolz. Mein Arme fragt. Ich habe es mal zu regeln, wie lange der auch vielleicht muss. Das ist das hier. . 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 So, wie beim Kaffee? Du willst das in der Mathe, die auch immer noch die Ritmaschine machen. Es gibt also die Ritmaschine, die Ritmaschine zu essen. Das ist das, was du sagen, was ich jetzt die Ritmaschine zu essen. Die Ritmaschine zu essen. Die Ritmaschine zu essen. Die Ritmaschine zu essen. Dann, das Ritmaschine zu essen, so you get to eat it really fast before it starts to expand in your stomach good luck it looks great it's the best one try to eat it try to eat it try to eat it it's huge we have a drink really? guys this part is so big Das ist so riesig. Das ist meine Hand im Vergleich dazu. Und das ist der Teller. Das Ding ist un-fucking-glaublich riesig. Er hat knapp die Hälfte geschafft. Das ist eine volle Hand und da war eine volle Hand. Das ist mehr als halbwegs. Das ist mehr als halbwegs. Ich kann es nicht mehr machen. Das ist 4.50 Euro. Das ist 5.26 Euro. Das ist 5.26 Euro. Was sind die Hälfte? Sein Ernst. Was ist dein scheiß Ernst? Jetzt fängst du mal an zu bescheißen? Was? Geh mir den Löffel, gib mir den Löffel, gib mir den Löffel, ich hab nehm den Löffel, ich hab nehm den Löffel, ich hab das, nein. Nimm das runter, sag ehrlich, nimm das runter, was du drauf kannst. Das ist ein bisschen, oder? Also ganz ehrlich, dass ich dieses Vieh, ich hab nicht geschafft... Ich hab nicht geschafft... Oh, ich hab grad mal angefangen, oder? Die kann nicht aufstehen sollen. Soll ich ein bisschen streichen? Aume ab, Mann. Kannst du vorher schon haben? Dass ich das, Ding ich geschafft hab, ist keine Schande. Es ist keine fucking Schande. Wie ist das? Das kann ein Mensch nicht schaffen. Ja, ich hab mal auseinandergenommen, aber irgendwie ist da nicht viel draus geworden. Wie ist das? Du hast eine große Chance? Ja... Ja... Wie ist das? Du hast eine und eine halbe? Du hast eine und eine halbe? Du hast eine und eine halbe? Du hast eine und eine halbe. Oh, das ist toll. Du hast nicht eine Chance. Für jeden Dollar, wenn wir hier ausgehen wollen, ist es ein Burpee. Das geht doch! 1, 2, 3 1 Feuer 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 6 5 6 7